Willkommen zu diesem Meditationshörbuch, das dir dabei helfen wird, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. In den kommenden Minuten wirst du angeleitet, dich in einen Zustand der Entspannung zu begeben und deine Gedanken zu beruhigen. Nimm dir diese Zeit, um bewusst in deine eigene Mitte zu gelangen und den Moment vollständig zu erleben. Lass dich von den folgenden Meditationen inspirieren, um mehr Klarheit, Frieden und Harmonie in dein Leben zu bringen. Meditation zur Beruhigung der Unruhe. Finde einen ruhigen und bequemen Ort, an dem du dich entspannen kannst. Setze dich aufrecht hin oder lege dich hin und schließe sanft deine Augen. Nimm einen Moment lang bewusst wahr, wie dein Körper sich auf dem Boden oder dem Sitz anfühlt und erlaube deinen Muskeln, sich zu entspannen. Beginne deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu lenken. Atme tief ein und aus und spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Konzentriere dich auf den Rhythmus deines Atems und lass alle anderen Gedanken los, die in deinen Geist kommen mögen. Wenn Unruhe oder Unbehagen in dir aufkommen, versuche nicht dagegen anzukämpfen, sondern nimm sie einfach wahr, ohne sie zu bewerten oder zu analysieren. Erlaube diesen Gefühlen da zu sein und beobachte, wie sie kommen und gehen, wie Wolken am Himmel. Verlagere dann deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Scanne ihn langsam von oben nach unten und spüre jede einzelne Körperregion. Wenn du auf Spannungen oder Unruhe stößt, atme sanft in diese Bereiche hinein und erlaube ihnen, sich zu entspannen. Kehre dann wieder zurück zu deinem Atem. Konzentriere dich auf die Empfindungen, die er in deinem Körper hervorruft und lass ihn dir ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit vermitteln. Falls deine Gedanken wieder abschweifen, bringe sie sanft zurück zu deinem Atem und zu deinem Körper. Bleibe achtsam und präsent im Hier und Jetzt. Mit jeder weiteren Ein- und Ausatmung spürst du, wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt und wie du immer tiefer in einen Zustand der inneren Ruhe und Entspannung eintauchst. Ein- und Ausatmung spürst du, wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt und wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt. Ein- und Ausatmung spürst du, wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt und wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt. Ein- und Ausatmung spürst du, wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt und wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt. Ein- und Ausatmung spürst du, wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt und wie sich deine Unruhe allmählich beruhigt. Nach einiger Zeit öffne langsam deine Augen und nimm die Umgebung um dich herum wieder wahr. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während der Meditation kultiviert hast und trage sie mit dir in den Rest des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während der Meditation kultiviert hast, Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während der Meditation kultiviert hast, Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während der Meditation kultiviert hast, Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages. Fühle die Ruhe und Gelassenheit, die du während des Tages.